Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man ein Paypal-Konto mit einem Bankkonto direkt erstellen und seinen Account sofort mit dem Online-Banking einrichten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir einen beliebigen Browser öffnen, dann oben in der Adresszeile mal paypal.com eingeben, um auf die offizielle Webseite auch zu gelangen. Und dann sehen wir auf der rechten Seite oben auch schon den Button Neu anmelden. Da klicken wir jetzt einfach mal drauf. Anschließend können wir noch aussuchen, ob wir das Ganze privat oder geschäftlich machen. In den meisten Fällen ist es einfach privat, so wie in meinem Fall auch, weswegen ich das auch lasse und einmal hier unten noch auf Weiter klicke. Und anschließend müssen wir mal noch die Handynummer von uns eingeben, an die anschließend auch ein Bestätigungscode per SMS gesendet wird. Das Einzige, worauf man hier achten muss, Plus49 ersetzt hier bei der Handynummer die 0. Also eigentlich wäre es 0176. Jetzt ist es aber Plus49176. Und wenn das passt, dann auch mal wieder hier unten auf Weiter gehen. Der entsprechende Code ist bei mir innerhalb 5 Sekunden da gewesen und diesen gebe ich jetzt einfach mal in das entsprechende Feld auch ein. Und wenn es passt, dann gelangen wir auch schon zur nächsten Seite, wo wir unser Profil mal einrichten können. Zuerst einmal die entsprechende E-Mail-Adresse eingeben, mit der man sich anschließend natürlich auch anmelden möchte. Anschließend den Vornamen, den Nachnamen und dann auch noch ein beliebiges Passwort, was man natürlich nicht vergessen sollte. Und dieses muss man dann nochmal wiederholen, um es einfach zu bestätigen. Anschließend hier unten auf Weiter drauf klicken. Als nächstes müssen wir unsere Adresse hinzufügen. Dazu zählt anscheinend auch das Geburtsdatum. Anschließend noch die Straße und Hausnummer. Bei mir wird das Ganze von Google jetzt auch schon vorgeschlagen. Da kann ich auch drauf klicken. Dann stimmt die Postleitzahl und der Ort nämlich auch. In meinem Fall möchte ich keine Werbung erhalten, weswegen ich den Haken hier mal rausnehme. Und ich muss aber zusichern, dass ich auf jeden Fall volljährig bin und natürlich auch den Bedingungen von PayPal zustimmen. Und wenn das passt, hier unten auf den Button Zustimmen und Konto eröffnen klicken. Somit erhalten wir auch schon die Bestätigung, dass das Konto richtig erstellt wurde. Und um ein Bankkonto hinzuzufügen, müssen wir mal hier unten auf den Link Nichtsicher Bankkonto für später hinzufügen draufklicken. Als nächstes müssen wir erstmal unsere Bank finden. Am leichtesten geht das mit der Suche hier oben. In meinem Fall zum Beispiel Sparkasse im Landkreis Schwandorf. Da klicke ich dann auch mal drauf. Und nun erhalten wir auch schon zwei Möglichkeiten, das Ganze mit unserem Bankkonto zu verknüpfen. Am schnellsten geht es, wenn wir ein Online-Banking haben, dann am besten mal den Text hier oben nämlich komplett durchlesen. Und wenn man das natürlich dann auch für richtig hält, dann auf Zustimmen und weiter draufklicken. Nun müssen wir uns bei unserem Online-Banking von der Bank mal noch dementsprechend einloggen. Dafür haben wir auch einen Benutzername und natürlich auch einen Pin mal erhalten. Wenn das Ganze stimmt, dann einfach mal hier unten noch auf Anmelden draufklicken. Bei mir ist sicherheitshalber mein Online-Banking noch mit meinem Smartphone verknüpft, weswegen ich hier unten einfach mal den Fingerabdruck noch draufgeben musste. Und anschließend sehen wir auch schon Freigabe-Kontozugriff. Bei mir passt das soweit, weswegen ich auf Auftrag freigeben draufklicke. Und wenn wir das gemacht haben, bekommen wir auch schon die Bestätigung, dass wir den Auftrag jetzt freigegeben haben. Zurück bei PayPal hat sich auch etwas getan. Hier können wir mal unser Bankkonto sehen. Das Ganze kann ich noch auswählen. Und auch hier unten haben wir ein Lastschrift-Mandat. Das bedeutet einfach, wenn ich anschließend jetzt über PayPal etwas kaufe, dann wird automatisch das Geld auch von meinem Bankkonto, was ich hier natürlich jetzt angegeben habe, abgezogen. Ich bin damit auf jeden Fall einverstanden, weswegen ich hier unten mal auf Akzeptieren und Hinzufügen draufklicke. Wie gesagt, Methode Nummer 1 funktioniert am schnellsten, da das Ganze normalerweise sofort miteinander verknüpft wird. Wenn du jetzt aber zum Beispiel kein Online-Banking hast, dann gibt es auch noch eine zweite Methode. Hierfür einfach mal auf Bankkonto auf andere Weise verbinden, draufklicken, anschließend deine IBAN vom Bankkonto hier eingeben. Die befindet sich normalerweise auf deiner Bankkarte bzw. auch auf dem Kontoauszug. Und falls es hier Schwierigkeiten gibt, dann einfach mal die Leerzeichen zwischen den Zahlen noch entfernen, denn die mag PayPal einfach nicht. Wenn es aber endlich passt, werden nach der Bestätigung die nächsten Tage ein paar Cent auf das Bankkonto vom PayPal überwiesen, wo sich auch noch ein Code befindet, den man anschließend bei PayPal als Bestätigung auch wieder angeben muss. Aber jetzt klicken wir erstmal auf den Button Bankkonto hinzufügen. Uns wird nochmal vorgeschlagen, dass wir doch die modernere Methode Nummer 1 nehmen. Dann müsste ich auf Zustimmen klicken. Ich möchte das aber nicht, weswegen ich wieder auf Bankkonto auf eine andere Art bestätigen draufklicke. Und in meinem Fall möchte ich PayPal auch wieder das Lastschriftmandat auf jeden Fall akzeptieren lassen, dass natürlich auch jederzeit Geld von meinem Bankkonto abgebucht werden kann. Deswegen wieder auf den Button akzeptieren. Zum Schluss müssen wir gefühlt das fünfte Mal akzeptieren, dass wir den Bestätigungscode auch wirklich haben möchten. Deswegen nochmal auf Bestätigungscode anfordern klicken. Nach zwei Werktagen ist es soweit. Ich habe die Überweisung von PayPal in Höhe von einem Cent erhalten, was ich jetzt entweder im Online-Banking oder natürlich auch auf meinem Kontoauszug sehen kann. Und um jetzt den Code anschließend auch eingeben zu können, am besten mal wieder auf paypal.de, dann einloggen. Und dann können wir auch hier rechts unten nämlich mal den Punkt bestätigen bei unseren Bankkonten sehen. Da klicke ich jetzt einfach drauf und dann sehen wir hier unten auch schon den Link Ihr Bankkonto bestätigen, wo ich ebenfalls nochmal draufklicke. Als nächstes wird uns angezeigt, dass wir jetzt den vierstelligen Code einmal eingeben müssen. Den finden wir einfach in der entsprechenden Überweisung im Verwendungszweck zwischen pp, pp. Also in meinem Fall wäre das die 7718, was ich jetzt auch einmal hier dementsprechend eingebe und auf Weiter bestätige. Sofort danach erhalten wir unsere Bestätigung, dass das entsprechende Konto auch bestätigt wurde und dann einfach noch mit Fertig das Ganze abschließen. Und wir haben somit auch schon unser Paypal-Konto direkt mit einem Bankkonto erstellt. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon, zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.